Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir testen heute einen Artikel vom Kaufland. Und zwar gab es diesen Things. Ja, drei Stufen Fontänen, Batteriefächer in Anführungsstrichen. Für 2,99, hat angeblich eine Brenndauer von 60 Sekunden, hat aber nur eine NEM von, glaube ich, 50 Gramm. Ja genau, 50 Gramm NEM, falls es scharf stellt. Ja, würde ich sagen, kenne ich so noch nicht. Werden wir einfach mal rausgehen und schauen, ob es diese 3 Euro wert ist und 50 Sekunden hat. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. Okay Freunde, jetzt ist der Fings oder Swings dran. Schauen wir mal, was der so kann. Schauen wir mal, was der so kann. Ja, doch überraschend. Gut für, was waren es? 50 Gramm? Ja. ventile Bis zum nächsten Mal.